Ich kann die Nacht doch im Sattel zurück. Nein, Duke. Geh zurück. Nicht schießen, nein. Meinst du, ich lasse mich aufhängen? Komm mit schnell. Moment mal. Ist das vielleicht deine Idee? Dass du mir die Bande auf den Hals schickst? Bitte, Duke. Nimm ein Pferd, es steht hinten im Stall. Komm schnell. Gehen wir. Schnell, schnell, Duke. Wer ist in der Kirche? Ihr könnt hier nicht rein. Und warum nicht? Die Tür ist geschlossen. Guck doch an, wer das sagt. Hörst du? Übrigens. Ich weiß noch gar nicht, ob ich gehe. Nicht mit leeren Händen. Was brauchst du denn noch? Ich. Ohne dich gehe ich nicht. Willst du denn niemals vernünftig werden? Doch. Deshalb wolltest du ja mitkommen. Los, rauf. Ich lass mich nicht von dir dazu zwingen. Ich brauche nur laut zu schreien. Dann ist die ganze Bande hinter dir hier wie ein Rudelwölfe. Na, dann schrei doch. Oder steig auf. Wir schleichen uns langsam durch bis zu den Weiden. Und dann gib deinem Gaul die Spuren. Ich. Ich wollte nur, dass sie dich nicht kriegen. Das ist alles. Es dauert sehr lange, bis du weißt, was du willst. Das ist doch einer von bei uns bezahlten Leuten. Lasst ihr, Leute. Lasst mich durch. Revolver und Streck. Wozu predige ich eigentlich jede Woche zu euch? Sparen Sie sich Ihre Worte bis Sonntag, Herr Pfarrer. Er ist dort drin. Und wir holen ihn auch raus. Wagt es ja nicht. Jedermann hat das Recht, wenn er im Bedrängnis ist, Frieden und Schutz bei seinem Gott zu suchen. Bayern wusste ja bis jetzt nichts von Gott. Hm. Dann müsst ihr ihm umso mehr Zeit dazu geben. Ah. Dreh und dann schnell nach hinten. Also gut. Wir geben ihm drei Minuten. Drei Minuten? Gott lässt sich nicht gern hetzen. Dann muss er sich heute mal beeilen. Hier rauf. Da bin ich gespannt drauf. Machen Sie doch nicht sein finsteres Gesicht, Herr Pfarrer. Bayern ist nicht drin. Er ist über alle beide. Wir müssen ihn einholen.